Ah, shitty. Aber ich habe den Zauber auch vollkommen falsch geordnet. Also was ist vollkommen falsch? So rum. Ich habe mich schon gewundert. Dann kriegt er ein, zwei Schläge noch mit dem irgendwas auf den Kopf. Okay. Alles cool. Na, mach schon. Na, komm. Na, mach schon. Fertig. Hau rauf. Ja, voll gut. Gar nicht so übel. Gut. Da haben wir auch noch einen Schlüssel bekommen. Kluges Kerlchen. Hörtlere Wunden haben. Okay. Mit Bromo würde ich nochmal kurz reden. Der steht ja auch schon auf. Oh Mann, mein Kopf. Du bist besessen. Was? Wovon redest du da? Verschwinde! Okay. Das checkt er nicht. Ich glaube nicht. Wir haben noch einen bei der Malak. Ich erinnerte mich, beziehungsweise das ist schon wieder ein paar Folgen her, wo ich mich erinnerte. Der war bei... Na, wie heißt denn der? Ich ziehe dich gar nichts mehr auf. Benger. So hieß der Typ. Bei Bengers Hof. Da war der. Also... Never forget, please. Never forget, please, diese. Okay. So. Moin Meister. Na, rauchen alle Wasserpfeifen? Alles weiter. Ich sollte nicht so doofe Witze machen. Hast du was für mich? Nein. Das darfst du keinem erzählen. Okay. Ey. Das ist mal wieder typisch. Zeig. Oh ja, der hat. Das darfst du keinem erzählen. Es ist mir leid, dass ich die mir jetzt gönnen muss, aber ich muss die mir gönnen. Das ist verschrecklich. Das hat keinen Sinn sonst. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Was denn sonst hat denn nichts mehr? Er sollte lieber den Mund halten. Nö. Super. Das darfst du keinem erzählen. Hm, hat er noch was? Das ist mal wieder typisch. Zeig, such dir. Kanter hat auch nichts. Ich muss wachen von. Okay. Sully und Jora könnte noch was haben. Zeig. Nee, Jora hat tatsächlich auch nichts. Das darfst du keinem erzählen. Gut. Ähm. Dann zum Bauern. Denn... Also, ich weiß nicht, ob das am Ende was bringt, ja. Wenn wir das jetzt alles machen. Aber ich habe gedacht, hey, wenn wir das noch hier haben, dann machen wir das noch. Wenn das noch offen ist, machen wir das doch. So. Eine Gönnung. Abfahrt. Ich glaube, bis wir da sind, haben wir dann auch ein bisschen... durchgeheilt. Die Mana. Dann können wir da richtig draufhauen, Herr Ma. So. Hm. Ich sehe hier niemanden auf dem Weg. Ich nehme den Zauber raus. Man weiß ja nie. Nicht, dass ein Suchender direkt vor uns läuft und wir... Ja. Das habe ich doch. Irgendwann tauchen die auf. Die Hayos. So. Ich gönne mir die zwei und friere den ein und... Hau den Lapperdoodle ein über den Sack. Oh nein. Warte mal. Ob da noch was für ihn. Hm. Das war ein netter Eisblock. Hm. Okay. Passt. Oh. Ich habe nichts von ihm bekommen. Krass. Also wenn ich andere Magie auf ihn wirke, dann funktioniert das wohl nicht. Ist egal. Ist er ihm gegönnt oder eben nicht. Heide neu. Wurde mal. Gibt es doch irgendwas was hier. Ist elfrig. Hm. Dem können wir nicht sagen wie schlimm es eigentlich um seine... Herzensdame steht. Oh. Ein bisschen Gold. Kann ja nicht schaden. Für einen Trank ist es gut. Hm. Perfekt. Ein Geestock. Unverholter. Das sind so Sachen wo ich mir immer wieder denke... Warum gibst du ihm so schwere Truhe rein? Steht hier so ein Hayopi? Ja. Okay. Pass auf. Ich versuche mal wieder den alten Move. Einfrieren. Schlagen. Dann sparen wir uns ein bisschen Mana und... Und... Dass uns das grundsätzlich nicht viel weiter bringt, müssen wir alle... Gönn dir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Volle Gönnung. Na. Ich brauche einen Trank wohl, ne? Dann gönne ich den mir mal. Und dann... Hau ich weiter auf den Hajo drauf. Hier hat's Schiedel. Meine Güte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go. Abfahrt. Stopp. Danke. So, Lee. Und hoch da. Oh, hier ist ja noch einer. Na gut, die haben ja Malak beeinflusst, ne? Von daher wundert's mich jetzt nicht so sehr. Dass sie auch um die... Um den Hof stehen. Ich meine, die warten eh gefühlt überall gerade. Tja. Okay. Ja, warte bitte. So. So, Lee. Und nochmal Druckgehaue. So. So. Und so. Und so. Warte mal. Kann ich den Zauber wirken? Oh, warte. Du bist schnell unterwegs wieder hier. Gönn dir mal eine Ruhe. Also das mit dem Einfrieren ist zwar ein bisschen langwierig. Aber unter uns... Am Ende haben wir echt nochmal was ganz tolles. Aha. Gut. Gut. Ja. Also wenn das nicht klappt, weiß ich auch nicht. So Man sollte aufpassen mit der Mana, ne? Mit der Mana mal ein bisschen aufpassen, hör mal So Jetzt ist der Tod umgefallen Irgendwann hält die Schockstarre nicht mehr so lang durch, ne? So, nee Dahinten stehen halt wieder welche, das ist der Wahnsinn Aber hier waren wir halt noch gar nicht Also nach dem dritten Akt Waren wir hier einfach noch nicht Das ist Benga Wo hat er denn Mala gelassen? Ist Pardos wieder zurück? Ja, er ist drin und ruht sich aus Danke für alles, was... Schon gut Warte Ich würde dich ja entlohnen, aber ich hab selber nicht... Vergesse es Lass es einfach sein Ich hab eben gedacht, da steht wieder einer Aber ich seh diesen Malak nicht Ich muss ihn, glaub ich, fragen, wie die Lage ist Weil das ist... Oh nein, da steht ja noch einer Ah, wo sind die alle hin? Wie ist die Lage? Malak ist verschwunden und hat alles und jeden mitgenommen, der für mich arbeiten wollte Er sagte, er wollte in die Berge Er hat es hier nicht mehr ausgehalten Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder Söldner hätte Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte Er hat es dann aber doch nicht getan Ich glaube, Wolf war sein Name Okay, wir suchen Malak Denn wir wissen, dass er eigentlich eine wichtige Person für uns ist Tschüss Einfach mal stehen lassen Einmal Trank rein Hier, äh, wie heißt der nochmal? Der Zaubertrank Und dann... Tschüss gehen Nicht Nicht So Links Und dann beim Pass entlang Äh, in die Berge geflohen Berge da bei den Banditen wahrscheinlich, ne? Oh Leute, ich werde langsam müde Ich glaube, dass... Ich halte nicht mehr lange durch Ich lege mich bald ins Bett Und dann mache ich Schnarchi, Schnarchi Und da hinten ist was Oh ja Moin, meiste Schon wieder so ein High-O-Pie Oh oh Oh, das hat nicht gereicht Ich muss mich heilen als allererstes Ja Ui, 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 ui Ich habe hier aber... Ich habe es mir jetzt aber verscherzt, aber... Mit mir selbst Also, ne? Gib dir erstmal das da Und jetzt gibt es erstmal einen Eisblock wieder Wo ist denn der Suchende? Meister! Eingefroren würde ich sagen Dem geht es nicht mehr so toll Ich glaube, so viel Money werde ich auch nicht mehr brauchen Ich werde ihn vielleicht noch einmal einfrennen und dann... Vielleicht geht das ja sogar Reicht das? Reicht das? Hier ist eine Steintafel Ja, hey, hier ist es Guck mal, das hat gereicht Was habe ich denn für eine Steintafel bekommen? Eine Stärke, eins Ja Lecko, mio, fanny Wie viel Stärke haben wir jetzt? 44 Puh, okay Wir können eigentlich nochmal ein bisschen Stärke nachdrehen Bist du Malak? Du bist Malak Okay Jep Auch diese Seele wirst du nicht mehr retten können, Magier Er wird nie mehr zu den Seinen zurückkehren Würde ich so nie sagen Ah ja, komm Malak ist nicht stark Na? Warte mal Du gehst mir grad zu den Zeiger Ich muss dir wohl ein paar hinter die Löffel kleben Na, komm her Treffer Und jetzt geht bitte alle wieder zurück Habt ihr Hm Du musst Malak wohl wieder da rüber schicken, hm? Jetzt kannst du was erleben Nein, 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 nein Okay, das war eine Überraschung Der Typ war eine vollkommene Überraschung gerade für mich Jetzt hat er einen getötet Toll, danke Da Hm Wird er halt so bezahlen Eine kleine Gönnung Hallo Hast du mal deine Waffe? Danke So Dankeschön Besser Mann Oh Mann, der arme Bauer Also Die hauen sich den Schädel ein Das tut mir so leid Na, den hat's halt weggebraten jetzt Hey Du brauchst Hilfe Ich will einfach nur nach Hause Ich gehe zurück zu Benga Ich hoffe, dass er noch lebt Ja Geht Alle, bitte Benga, bester Mann Großbauen Wir können nochmal zum Großbauen Und dann gehen wir nochmal zu unserem Freund Pyrocar Sprechen ja auch nochmal kurz mit Wolf Wegen seinem Job Er will ja was zu tun haben Hat er ja die ganze Zeit schon gesagt Vielleicht geht ja Wolf tatsächlich da hin Ich würde es ihm echt gönnen Ey, Wolf Ich kann das nicht glauben Ich hab vielleicht einen Job für dich Auf Bengas Hof Was hören? Der Pass zum Minental Mündet genau in Bengas Bauernhof Er hat Probleme mit den ganzen Biestern Die sich durch den Pass zwängen Jemand müsste Bengas Hof verteidigen Das wär was Dann wär ich wenigstens weg vom Hof hier Und muss nicht mehr auf die Schmiede starren Gut Das macht 800 Goldmünzen Stolzer Preis Tja Für einen von uns würde ich es fast umsonst machen Aber für dich Hier, nimm Hier ist dein Gold Gut Dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken Mal sehen, wen ich hier auf dem Hof noch anwerben kann Wir sehen uns Macht euch ab Das hat er wirklich nicht verdient Ich meine Wir haben die Runen Es kann uns egal sein So Ich hab Noch ein paar Sachen hat er Genau das hab ich auch gesagt Wir haben nur Deathbone Ball 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 Alter Ich wär mir da nicht so sicher Ah 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 Wer erzählt denn so was? Was? Okay Passt Boah Okay Passt Okay Jetzt haben wir wieder 1300 Darüber bin ich sehr froh Bin ich sehr stolz drauf Damit kann ich wieder operieren Jetzt geht's erstmal zurück ins Kloster Zack So Moin Melton Wie geht's da? Ich hab 40 LP Okay Freu ich mich Hab ich 20 bekommen diesmal? Kann das sein Oder hab ich ein paar mehr Level gemacht? Ach ist ja auch egal Moin So Büroka Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen Sprich Bruder Ich habe noch mehr Bücher der Suchenden für dich Das ist gut Ich fürchte jedoch dass es noch mehr davon zu finden gibt Suche weiter Nimm dies Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können Jupp Danke Heile mich Meister So sei es Möge Handel in sein Das wissen wir ja Das kennen wir ja Dementsprechend gönnen wir uns jetzt einen Trank schon mal Das Er schon mal erlöst Verschwind Er mag uns Eindeutig Mich fragt ja keiner Okay Wir haben genügend Punkte Ich überlege Wollen wir gegebenenfalls In Stärke mal investieren Bei Laris können wir das Belege Ob wir das nicht mehr machen Weil wir haben ja noch ein paar Drachen zu tun Also das ist ja nicht so dass wir Das nicht bräuchten Und hier und da vielleicht ein bisschen draufknüppeln Oder wo könnten wir da sonst Ja Komm wir machen das mal auf Stärke Verstehe ich Oh das kostet schon Zehn Das ist eine schlimme Sache Wie viel kostet denn Zweihänder Weil also Sorry Das ist ein bisschen viel Das ist ein bisschen viel Wenn wir Mehr in Zweihänder investieren können Würde ich zum Beispiel Zehn in Zweihänder investieren Dann sind wir vielleicht ein bisschen besser Mit dem Doofen Ding Aber wenn das jetzt auch irgendwie 50 kostet So gefühlt Wenn ihr versteht was ich meine Ja Es wird knapp Wird knapp Jut Wurfgeich ist der doch Ja Nein Oh Vergiss es Ich werde nicht so viel investieren Und dann investiere ich lieber in die nächsten Kreise Oder in Zauber Oder whatever Nun gut Dann haben wir das auch Wir haben uns ausgerüstet Ich würde sagen Wir machen noch hier ein bisschen Spaß auf Man Hier sind Viele kleine Dinge Warte mal Wir Regenerieren ja keine Mana gerade Ah Uns fehlt hier auch ein bisschen Mana Okay Ah Ja Und ich habe mich schon gefragt Na gut Wir Könnten Tatsächlich Was Doch Ich Besiege die doch gerade Warte mal Ortskundige Miental Aufgebrochen Trupp Paladine Aber das waren nicht wir Oder Meint der Irgend Das ist ja dann Eine Lüge Leider Das ist leider eine Lüge Könnte ich ihm nicht anders sagen Konstantino Ähm Zeig mir Okay pass auf Ich mache mal folgendes Ich gönne mir die erstmal Äh Ja gut Nein Oh Jetzt habe ich das Snapper Kraut gekauft Ist ja auch egal Ich gönne mir ein paar davon Und ich gönne mir reines Mana Ich hoffe Das funktioniert so Wie ich es mir gedacht habe Ähm Zack Essenz magischer Kraft Okay Also wir können das Zusammenmischen Ich habe nur Jetzt gerade hier Kein Alchemie Ich könnte durchdrehen Hätte ich Im Kloster Ja lass uns ins Kloster Also Vielleicht ein bisschen Netter Also volle Mana Regeneration Kriegen wir Wenn wir alle drei Tränke zusammen Kippen Ein paar hätten wir Ja Wobei Jetzt fehlt das letzte Ha Je mehr wir von dem letzten herstellen Also von dem stärksten Was ist denn das nochmal Wollen wir mal gucken Essenzextrakt Dann ist es Elixier Jo Drei Mana Warte mal Wenn ich Drei Mana Essenzen Zusammenmösche Kriege ich einen Trunk Das wir jetzt mal probieren Aber das kostet halt Ein Feldknöterich Das ist so das Eklige Ah Gut Dann machen wir das Ich meine auch Wenn das uns Vielleicht ein bisschen Was kostet Aber einer Hilft uns ja Heutzutage Nicht mehr Kostet halt Dieser Feldknöterich Das nervt mich Dass die halt Für alles Diesen Feldknöterich Wollen Warum kann man Gerade nicht Mana ohne Ende Am Aro Wie sieht's denn aus 10 hätten wir Wie viele Feldknöteriche Habe ich noch Just asking Nicht mal so viele Oder Ah doch 25 noch Alles gut Dann Mal hier Haben wir nicht Ne Wird so gerne noch ein bisschen Kronstöckel haben Wir haben doch immer diesen Einen Wald da nicht besucht Ist echt traurig Eigentlich So So Und noch Eines Ich könnte auch Normale Tränke mal Machen Schade dass man nicht gleich Mehrere auf einmal Herstellen kann Das wäre eigentlich so The way to go Für mich jetzt Aber Nun 15 hätten wir So Gönnt euch Ich mach noch 2 Dann haben wir noch Noch ein paar Tränke Also wenn man Volles Mana hat Das finde ich eigentlich Ziemlich gut Zumal es sind ja Nur In Anführungsstrichen Essenzen Ich überlege Wir machen mal die Feuerwurzeln Mit den Feuerwurzeln Weil Ich sehe ein Problem Wie viele Feuerwurzeln Habe ich Ich würde mir gerne Ein paar übrig Okay gut Dann muss ich jetzt Feuerkraut verwenden Ich sehe nämlich schon Das Problem Dass es Zu eng wird Aber Feuerkraut halt Die sind auch noch Ganz gut Mit dem Feldknöterichen Das ist so das Problem Ja ich kann reines Mana Aber Das ist halt so das Problem Extrakt Noch eine Ich würde sagen Ich würde sagen aber auch Danach Nach dem Tränke herstellen Würde ich sagen Ich verabscheue mich von euch Ich bin müde Ich will ins Bett Und Ähm Hoffe Dass wir beim nächsten Mal Den ein oder anderen Drachen Nochmal Ja Auf den Kopf hauen können Und darüber würde ich mich Persönlich sehr freuen Denn einige gehen mir Auf den Keks Wie viele habe ich noch Oh das war genau Der letzte Perfekt Also ein paar Tränke Haben wir Ja Wir haben nicht genügend Feldknöteriche Aber so ist das nun mal Guti Würde ich sagen Wir Ich spreche nur mal kurz mit denen Vielleicht haben die noch was für uns Hast du mit Nein Nein Gut Gibt's was Zur Zeit Gut Dann würde ich sagen Beim nächsten Mal Geht's um die Wurst Die letzten vier Drachen Äh die letzten zwei Drachen Und dann sehen wir Wie es weiter geht Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Auf dann Ciao ciao Ich bedanke mich